wo ist er denn da ist er ich habe abwart nicht alle weg vielleicht müssen die erst alle weg machen damit er auch da kommt mit einem schädlichen da war da mal da 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 ist mit mir das hier wieder angezeigt in der meinung das ist irgendwo im untergrund aber wir sind genau in dem bereich drinnen verstehe ich nicht was übersehen wir freunde was übersehen hier ist eine leiter ich bin hier nicht ich habe ihn kommen her wenn ich dich sehen würde doch sehen die uns nicht ich komme her sofortige medizinische hilfe erforderlich da ist der komm her so weit weg der ist hier ganz sicher ja da wurde mir gerade angezeigt der ist hier so weit weg ist das gar nicht da oben drauf die kästen ja von hier können wir nicht schießen hier sieht das schon ein bisschen anders aus sonst ist der gegner von hier aus könnten wir schießen können wir auch ein geschütz hier hinstellen ja das würde gehen sollen wir ja versuch versuch ok die kräften nur von hier aus hier ach so scharfschritt hier da ist 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 ja da ganz hinten ja dieser der ist da ist wer ist da ist der der ist da ist der der ist der Guck mal, was ist die Zugelage hier, Leute? Vielleicht hat der die Zugelage. Die nachgeladen werden muss ich. Das ist ein Zufall, das ist Gott bei mir. Der, der hat das. Alter! Der saugt. Aber jemand soll er da noch. Der Edelb ist. Der Edelb ist da. Wer? Der Edelb ist da. Der Edelb ist da. Der Edelb ist da. Der Edelb ist da. Halt, wir gehen vom Gleis, weil ich will sich beim Super-Gleis nicht schlagen. Oh, Verlust! Einer ist dauernd. Was? Ja, ich weiß nicht. Ja, das glaube ich auch wirklich. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Elements down. Okay, Elements down. Und upsell noch was heißt der Scheriff. Da ist er. Upsell, jetzt kommt er. Da hinten ist er. Ich glaube, wir müssen runter. Toll, wir haben keine Mohnen mehr. Jetzt müssen wir was einsammeln vorher. Mein, ja bitte. Ja, wenn der natürlich so eine Kugel erwähnte, das wäre ja mega fett. Okay, das kann ich zerlegen. Ich sammle erstmal alles rein. Okay, naja. Wir haben so recht gehabt, der war echt abseits des Reges. Ja, sag ich doch. Das war ja krass. Ja, genau. Erstmal einsammeln, bevor wir uns den holen. Jetzt kommt der upsell, Freunde. Ihr bleibt da auf jeden Fall bei. Das hört sich an wie absent oder so. Das schnappen wir uns. Das Schwein schnappen wir uns jetzt. Wo ist er denn mit absent? Im Untergrund. Da wird mal einer oben, einer unten angezeigt. Okay, der ist oben. Da oben im Gebäude. Ja. Ja, der ist da oben. Da oben sind wir hier. Ach die Scheiße. Ich renne direkt da rein, ey. Ja, der ist da oben. Ja, der ist da oben. Ja, der ist da oben. Die hat euch mal eine gute Idee. Meist du magst doch, Mann. Wieso haut der den immer an? Warum haut der den immer ab? Der heilt mich immer wieder! Aua, 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 aua! Schweden Verrundung entdeckt! Alter, wir haben jetzt auch nicht verpasst. Da! Wir sind aber noch mehr, ne? Ja, ja. Verscherten wir! Wieder einer weniger! Gute Arbeit, Agent! Abgeschossen! Jawoll! Nice! Zauber! Gute Arbeit! Ja, war wirklich sehr gute Arbeit! Stopp! Wir haben es geschafft! Unglaublich, ne? Bist du außen? Da ist noch kein Spot! Das macht ihr super! Das macht ihr super! Ihr seid die besten! Ja, ihr seid ja absoluter Hammer! Bravo! So! So, wir gucken auf die Karte! Einmal die Karte! Und das steht, wir haben zu 99% enthüllt. Das heißt, wir müssten jetzt noch da oben diesen, äh... und dann rüber rein! Haupteinsatz schnell reisen und dann darüber! Okay, machen wir! Aber da waren wir doch gerade die ganze Zeit! Ja, ich hab keine Ahnung! Wir können auf jeden Fall danach zurück ins, äh... Safe-Haus und dann die Kiste aufmachen, die wir da jetzt haben, ne? Mal gucken, was wir da Schönes kriegen! So, und jetzt mach ich Karte und... Also, eigentlich waren wir da die ganze Zeit! Ja, vielleicht ist das jetzt erst aufgepoppt, äh... Sie wissen, was ich meine! So, ich hab's markiert! Ja, ich bin schon on the way! Dann laufen wir mal! Aber da waren wir doch gerade! Ja, mich wundert das jetzt auch gerade! Das haben wir doch gemacht! Ja, aber irgendwie sind wir da! Und bekannte Aktivität! Vielleicht ist halt erst... aktiviert... Keine Ahnung... Äh... Warte mal, ist ne Kiste! Nimm ich da mal mit! Jawoll! Jetzt haben wir da vier! Ja, da waren wir doch gerade! Ja, ich weiß es doch! Und dann gleich rechts! Wir brauchen sie dann nicht sagen! Ich... Ich kann mich auch dran erinnern! Aber aus irgendeinem Grund haben wir noch nicht hundert Prozent, äh... Eins Prozent viel noch, ne? Oder zwei? Na, 0,1! Oh, ne! Ein Prozent... Von Feinden bewachter Ort erkannt! Ah, die Hinrichtung! Ah, die Hinrichtung! Okay, diesmal... diesmal retten wir aber die Geiseln! Der eine! Der eine! Okay! Drohni! Aber da ist es doch gar nicht! Seht ihr die Drohne? Wollen wir platt machen? Hallo! Wir sind dahinter! Ah, da sind die drei! Scheiße! Oh, oh, oh! Was ist denn denn? Hallo, hallo! Attacke! Hilfe! Die sind alle drauf! Oh! Alles gut! Alles gut! Alles gut! Registriere zusätzliche Feindkontakte! Ne, die kommen schon da! Da kommen sie schon! Ne, lass doch mal laufen! Der Gelbwagen ist da am Bildern! Der Gelbwagen! 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 Die wollen zu mir! Aber bleibt mal locker! Der Gelbwagen! Der Gelbwagen! Der Gelbwagen! Der Gelbwagen! Ich kann's doch nicht fassen! Ich kann's doch nicht fassen! Ich rede mit dir! Ja! Jawoll! Alle gerettet! Sauber! Das läuft, ne? Die hatten Stufenaufschwürzen! Müsstens gewesen sein! wir müssen gewesen sein 99 prozent aber immer noch wahrscheinlich ist da hier die die kiste nein der kontrollpunkt wir haben wieder ein kopf der kontrollpunkt und müssen wir noch machen territoriumskontrolle müssen wir noch weg machen da ist wieder ein kopfgeld einsatz ich glaube das müssen wir noch weg machen ja könnte sein was denn das tor oder komm einfach mit das tor ja kontrollpunkt doch das tor hätten wir jetzt den arsch und dann ist gut da bist du denn das tor da ist das tor übernahme ein klinas kontrolliert ist ja sicher drohne geschützt sie so weit vorlaufen und und das ziel verstärken halten sie mit den vollen ja aber ich bin nicht nur weg machen will er musste die weg funktioniert nicht gebäude ich hab mir noch welche noch die letzten dabei ist dann der nachteil von freunde wenn man sich ein bisschen entfernt kontrollpunkt gesichert jetzt kommen sie natürlich von irgendwo wahrscheinlich wenn man noch mal hier gucken ja die komponierung geschützt sie auch mal ein bisschen nachladen im gebäude denke ich mal das war ja ich ja wohl es steht eine aktualisierung zugang zum nachschubraum freigeschaltet machen wir mal auf ja wohl ja und die kiste auch einmal bitte drei waffen auf einmal oder war es alles freie aussagen wir gucken auch immer einfach alles frei und dann sehen wir 99 prozent der nebel des krieges ist verstehe ich nicht dass ein bug oder was ist noch kopfgeld offen deswegen sieben noch los in der haupteinsatz erst und dann dahin oder oder safe aus wir dann los aber gerade 100 prozent haben sie gesagt er sagte mir gesichert aber er zeigt mir das nicht an wir haben schon begonnen den kopfgeldeinsatz das ist cool dann los ganz schnell okay der katz marek ist dabei heißt ja ist er jetzt da oder ist er hier wo müssen wir hin warten mal ich guck mal hier mal auf die karte jetzt zeig ich mir da an also müssen wir jetzt brauche ich sie wieder herr hobsen hier ist er zurück zurück den katz marek müssen wir weg machen hier können wir rein das ist doch ich will es aber wissen wir braucht du alter scheiß vogel dann ist noch ein fragezeichen offen das kann doch nicht sein wir sind doch da jemals stimmte wieder angezeigt kommen sie mit um die oben rauf man ja sind aber andere namen kann ich mache ich und peter paul und herren max herren total verliert ja das habe ich auch schon wieder vergessen hier hier was er in der blaue nach ihm einsammeln vielleicht irgendwie so richtig hinter haben sie glauben zeigt mir zumindest was an bisschen komisch da glanzer noch ein paar tüten oben aber ich glaube hier sind die, ne? Kann sein, ja Das ist ja doch was anderes weil das gerät erkannt gib mir deckung muss nachher holen das ist ihr ziel Allah, wo kommt der denn her jetzt haben wir vorbeigelaufen ihr ziel hat er grad gesagt Alter schwere Verwundung entdeckt wo kommt der denn her da kommen sie doch von hinten angerannt Alter da ist er doch der kann es mal weg Aua hinter mir steht der ja Aua Kannst du dir mal Wink machen? Bin dabei aber nicht so leicht Aua 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 Die müssen wir in dem Teil Aber viel hat er nicht mehr ne Aber viel hat er nicht mehr ne Da ist er down, jawoll Ich brauch den Hera noch Ja muss hier irgendwo sein hier ist das funke spruch das hier hat ein deutsch aber ihr bleibt dabei leute ich bin down ich kann zu ihm ja ich weiß ja ich weiß ja dann zu mir weil ich lebe noch bis der mich da abgeballert hat Deutschland nicht möglich Ziel ausgeschaltet ich kann nichts machen nimm ein anderes Ziel nimm ein Safehouse oder was ja ja ich bin auch gleich down beeil dich sonst ist der hier weg ganz versuchen bist du doof das ding lädt doch schon jetzt und dann kann ich zu dir dann mache ich wieder im 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 leute ihr bleibt dabei ist ja ich bin wieder dauer aber ich bin am Boden ja das sind mehrere ganz vergessen nein das ist nicht ihr bleibt dabei und wenn es acht Stunden dauert ich liege hier so, oder? so, wenn sie mich holen können ja natürlich wäre auch mal schön, wenn sie mein Medikid nehmen würden hinter ihnen wird es besonnen ja deswegen bin ich auch down ich bin tot lebensfunktionen kritisch bleiben sie mal am Leben am level ach, der kommt da vorbei gerannt mit der Axt und haut mir die Axt ins bleck mich doch am Arsch unglaublich steht der hinter mir, der Yashi, ey bist du schon da? ja ich bin gleich im safe aus, ich komm rein aber irgendeiner schießt hier mit seiner Drohne es hat meine Drohne nur, solange ich die lebe hier so halb aber jetzt hat er die Drohne auch erledigt, jetzt hat er mich aufm Kieker, wa? komm jetzt, jetzt gib mir den Rest ja, der rennt weiter proba, ob ich dich holen kann ja, sieht gut aus dankeschön, ja auch jetzt holen wir uns den Arschloch ehrlich ey, Arschloch Arschloch, du bist fast down ja Arschloch, du bist down Arschloch, du bist down ja so, warte willst du jetzt noch? sieh, Gesichter oder? heavy Ziel jetzt kommt erst der Herr Reza das war noch alles nicht wahr sein dachte der wettbewerb gedacht aber irgendwie hast du ihn oder hab ich ihn hier kommen sie wir laufen aber wir schnappen uns den vogel aber wie das weitergeht leute sehen wir beim nächsten mal macht's gut